Was macht ihr denn? Drei Leute, was macht ihr denn? Schränk dich mal an. Mach doch mal jetzt ein Gönnjärmin-Move. Ja, was machen wir jetzt? I'm fucking doing! This is too easy, it's too... Sag mal, warum ist grün so gut? Ey! Ja! Ja! Oh mein Gott! Was müssen wir jetzt machen? Einfach von den Leuten die Tags sind wegrennen, weil sie... Schnell fangen lassen! Ja genau, ihr dürft den Stick nicht hin. Ja, ich hab keinen, ich hab keinen. Ey, die Jungs! Neun, wir verstehen uns, ne? Wir verstehen uns. Ah! Geht weg! Zwei Stinkys hauen sich. Hau! Nein! Nein, shit, 45 Sekunden. Ach so! Nein, geh weg! Ach du, hinter dir! Neun! Warum kriegst du mich? Ja, leider! Er hat abgelassen. Nein! Einfach reingedrückt, Sammy. Dieses Crap-Game ist ultra nice. Later! Later! Ohohoho! Nein, nein, nein! Ey! Alter, wie viel life hast du? What the fuck? Also! Wer ist da mit mir übrig noch? Hallo? Kalle. Ah, Kalle! Das ist jetzt natürlich schon irgendwie unfair. Hier ist der Leiter. Hier drüben. Oh shit! Den hole nicht mehr! Den hole nicht mehr! Oh! Leute, das war echt sweet! 12 Millionen! Du kannst jetzt Top 3 oder nicht wetten machen! Ach so! Ja! Schaff ich's dir! Top 3 oder nicht! Wetten werden angemacht! Ja, drückt einfach alle auf den Knopf und dann geht's los! Niklasau! Niklasau! La 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 la! Oh! Nein! Blau! Adwin, gib mal kurz! Geh mal kurz! Komm schon! Geh doch ein paar mal! Achso, das wißt du gar nicht! Fuck! Ich komm zu dir, Jan! Komm! Adrian, stop! Adrian! Adrian! Hey! Da hinten ist ein Bomberman! Oh shit! Achso! Ich bin runtergefallen, dass er kam! Ich bin auch schon wieder gefallen! Alter, warum hast du mich gesehen? Nicht da lang. Nein! Ich verrenge dich schon wieder mal. Scheiße. Alter, Kau Tau, einfach zu cool. Wir müssen auf den Plattformen bleiben. Oh mein Gott. Wir müssen uns... Du musst zu mir kommen. Du musst zu mir kommen. Du musst erst mal zu mir kommen. Hier sind welche dabei, die zerbrechen und manche, die nicht zerbrechen. Ja, sieht so aus. Okay, ich versuch rechts. Ich versuch links. Ich versuch doch nicht links. Du musst die nächste machen. Okay, ich mach die nächste. Es ist die goldene Mitte wirklich. Die goldene Mitte, ja. Und das Geräusch... Alles klar, die rechte. Okay, okay, komm. Okay, alles klar. Leute, nicht schlappen. Ich muss auf Zeit gehen. Bitte bleiben. Nein! Wenn mein Zweiter anfängt, dann geh ich unter. Ach so, die wetten. Wenn ich jetzt hier gleich überlebt, machen wir wetten. Ihr könnt jetzt noch eine mit mir wetten, ob ich in die Top 3 komme. Ich hab nicht geguckt, was wir machen müssen. Ah, okay. Ich muss mich stellen. Es tut mir leid. Ich hab vier Leute umgebracht. Letzte Runde. Ich geh zuerst. Okay, Kebab geht vor. Ja, ja, geh mal vor. Okay, Leute. Ich glaube, das ist die richtige. Ich mach noch eins. Ich mach noch eins. So, aber den Rest müsst ihr machen. Also einer von euch. Alles klar. Jawoll. Jawoll, komm mit. Das ist ein Bum-Bum. Easy Fees. Oh! Ich muss sagen, ich hab aber kurz Angst, dass ich so runterfalle. Das wird jetzt lustig. Mal gucken, wer den Vorteil hat und die Bombe nicht hat. Ach, scheiße. Ich komm nicht hoch. Nein! Nein! Alter, das ist blöd. Tommy, ich steig. Komm, komm. Na dir! Na dir! Na dir! Nein! Oh oh. Nein! Ja, GG. Oh man. Es ist, es ist cool. Es ist echt. Ah, da ist wieder meine. Achtung. 14.000, Alter. 14 Millionen meine ich. Oh no! Oh Gott, ich bin fucked. Ich bin fucked. Ja! Ja! Das war einer gebelangt. Time for a well-deserved break. Grab a snack. Was müssen wir jetzt machen, bis wir uns killen? Ich denke, es ist wie in der Serie. Wenn es gleich Nacht wird, müssen wir uns verkloppen. Und die coolen. Oh mein Gott! Jan, du bist hier irgendwo neben mir. Äh, Kredl, das ist die eine Lüge. Ich bin, Kredl, ich bin so dumm, um da hoch zu kommen. Hast du geschossen? Ja. Verlachte einfach mit seiner Ruger in der Hand. Nein! Nein! Fuck! Äh, Primes, willkommen im Livestream. Ich frag gleich mal rein, ob wir noch mehr Spiele haben wollen. Kann ich gleich gerne rein fragen. Irgendwie. Glupe. Leute! Jalla, reina! Oh, drei Leute! Was macht ihr denn? Jalla, reina! Okay, ich mach das mal eben. So springt die einfach so rein. Leute, ihr müsst weiter nach vorne gehen. Kommt mal her jetzt. Ey! Oh, was macht ihr denn? 14, machst du den nächsten Sprung? Nice. Warte, ich geh vor. Ich geh vor 14. Ich mach das nicht. Oh Gott! Ich schwör, ich hab dir nicht geschubst. Du bist irgendwie ganz komisch. Ja. Oh Gott! Oh Gott! Hey komm! Prinz, wir sind gut miteinander, okay? Prinz, wir sind gut miteinander. Wir verstehen uns. Komm schon zwei! Links oder rechts? Ich lese den Chat. Links oder rechts? Hä? Wir schleifen links, der geht rechts? Yes. Link. Oh mein Gott. Also ich würd sagen, diesmal geht ihr vor. Okay, alles klar. Vorsicht! Rüdiger, bitte! Achtung! Okay, ich geh vor. Ich geh vor. Ich geh vor. Achtung! Ja! Den Rest macht ihr, bitteschön! Wow! Wow! Oh! Oh! Nice! Achtung, Jungs! Alter, mein rutscht so leicht hier, ne? Ja! Ja, das ist echt scary. Das ist ein bisschen scary. Jan, ich schockste dich. Nein, Glück! Geh weg, 5! Auf mein Achtihaber. Voll nicht. Wie der guckt, das Gesicht. Das ist so affig. Ja, Mann! Mit dem Kopf ja, mit dem Po bitte nicht. Jan? Ja, ich warte auf euch. Ich hab den ja frei gemacht. Ihr müsst mal alle vor mich jetzt. Okay, okay. Ja, Kätzchen. Tut mich schon gut. Nein! Nein! Scheiße!